Hallo und herzlich Willkommen zu Shellshock Live zusammen mit Superboy aka Zombey Furdis aka Fufu Und Wittercracker Der hat kein Aka Warum nicht? Der war mal Daddelautomat, aber das hat sich geändert Wir schießen anscheinend alle gleichzeitig Und spielen alle gegeneinander Hallo? Und Fufu kennt ihn noch gar nicht Aber der ist cool Oh, willst du dich kurz vorstellen? Was macht dich aus? Nur noch 10 Sekunden Maudardo, sag Stopp Warum? Stopp Halt Stopp Ich möchte das Scheiße, ich hab auf mich selber geschossen Ich hab mich Dreimal Oh Gott, was ist das? Oh Gott Das ist ja richtig laut Oh, guck mal, das verfehlt dich jetzt Irgendjemand hat dich gerettet Was tut dir dem armen Boy so viel Schaden an? Okay, ich mach diesmal langsamer Maudardo Siehst du, wie mein Rohr sich dreht? Eigentlich springt das nur von Position zu Position Okay, ich drehe es noch langsamer Du darfst dann Stopp Ich mache nur oben Okay, okay, okay Dann darfst du Stopp sagen Warte Tut mir leid, Fufu Nee Ich hab Stopp gesagt Da war es nach rechts Achso, ja, bei mir war es da schon nichts Hast du einen One Bounce oder so? Vielleicht kannst du mich da noch treffen Tut mir leid an euch Ich hab doch schon eingeloggt Verdammt Vielleicht kommt ein Mond irgendwo an Oh Mann Ihr müsst wissen Fufu ist auch Level 80 oder so Der Shellshock Profi So gesehen Wollen wir uns verbünden? Der hat gerade eine Nuke gezündet Okay Also der hat gerade Hier Ich würde nicht behaupten Der hat gegen eine Atomwaffe Sterben Ja, richtig Leute, da will ich auch Da mache ich mit Ja, Fufu, dir geht es einen Kragen Oh nice So, hey Du hast überlebt Du hast überlebt Ja Das war mein Plan Oh Ja, ich bin nicht der erste Der tot ist Schaut mal, wie schlecht er ist So ein Opfer Der Schuss geht durch Wintercracker Oh, Wintercracker Kriegen wir uns jetzt? Nee, geh mal auf Superboy Superboy Ja, der sieht echt Also ich muss sagen Wenn Superboy Habe ich ein bisschen Mitleid Ich habe 13 HP Ihr müsst mir 1 HP abziehen Das ist meine Geburtstagszahl Oh Hm Ich glaube, ich mache es so So Vielleicht treffe ich ja zufällig Ähm Oh shit Oh nein Puh Oh Oh Gott Ich habe getroffen Oh oh Ich werde nicht gefällt Sommer, ich bin, ich bin gerade Er rettet dich Ja Ich rette ihn ja wirklich Oh 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 Ich bräuchte hier Hilfe Kannst du einen Schuss auf Wintercracker So ein Sniper vielleicht? Hm-mm Ein Support für Maudado Für Stellung angenommen Ja, ein Support für mich Hast du das gehört? Und ich habe dich nicht angegriffen Ist mir egal Oh, ich kann mich ja gar nicht mehr Hm Ja, irgendwie ist das jetzt nicht gut Wintercracker das Schicksal entscheidet Ich schieße den Schicksalsschuss Ich schieße den Schicksalsschuss Es gibt einen Schicksalsschuss? Ja Das ist ein Glücksschuss? Ja Kleeblatt? Ja Oh Meine Lieblingsfrau Aber das braune Kleeblatt Oh Jetzt treffe ich glaube ich Nein Ich hätte ihn genau getroffen Oh, ja Oh, Leute Ja, ein Zahnrad Und ich komme hier nicht mehr weg Hm Das ist jetzt aber blöd für dich, Wintercracker Ja, hätte ich glaube So für ein Schicksal im Zahnrad ist einfach nicht gegeben Oh, vielleicht gewinnt Zahnrad auch einfach Wenn wir uns gegenseitig auslöschen, Wintercracker Jetzt nicht mehr auf Maudado Ich gehe auf Zahnrad Guck den armen Boy an Ja, guck mich mal an Guck mich mal an, Maudado Ja, guck doch mich an Jetzt auf den Boy Ich habe aber gar nichts Gutes, das ist gerade das Prop Ich auch nicht, ich treffe glaube ich nicht mal Hä, was soll ich schießen? Äh, da Bananen Oh, oh Tut mir leid Oh Ach man, Maudado Tut mir leid Der eine Glücksschuss hat 30 Schaden Der hat echt gekrittet Ja Was zur Hölle Hä, was ist mit Wintercracker passiert? Ich habe ihn, ich habe ihn banahnt Ihr habt mich einfach weggereckt Tut mir leid Superboy, Special Attacke Mega Stacheln des Todes Oh, oh, Wasser Ja, ich bin der letzte Überlebende Lett gedort Wuuu Oh Tut mir leid Oh, du hast lange überlebt? Ja Was ist unser Teamname, Leute? Leute, lass mich mal gucken Super Fu Mao Cracker Super Fu Mao Cracker Das klingt echt blöd Lass mich mal gucken Lass mich mal gucken Äh, Winter Boy Dado Fu Oh, was? Nein, Winter Mao Fu Boy Winter Mao Ja, das ist gut Ich schieße meinen Blumelkan rüber Ich mache eine Blume VULKAAAN Oh Gott, was war das? Ist schon wieder so eine High Level Cheater Waffe von dem Pau VULKAAAN 15 Seko Alter, den Posk kann ich perfekt mit Pfeil und Bogen treffen Ja, aber wollen wir jemanden fokussen? Also den Posk habe ich perfekt irgendwie sehe Ich kann auch einen Traveller drauf schießen Oh, ich glaube das ist besser Ich glaube ein Bogen ist, oder? Oder ein Traveller? Da ist ein anderer links neben ihm Achso, stimmt ja Hm Aber vielleicht bewegen sie mich jetzt alle Oh, oh Au Aua Der wird ein bisschen bewegt, aber es sollte passen Äh, soll ich dann auch auf die da drüben gehen? Traveller! Ich gehe auch auf die da hinten Feuer! Was sind deine Koordinaten? 99 und 70 Okay Feuer! Oh Gott, noch ein Traveller Oh Gott, was will Und wenn jetzt mein Feuerwerk auch noch trifft Oh Meine Traveller haben 40 Schaden gemacht irgendwie noch Meine haben 10 Ich habe Deine sind ein bisschen weit unten gelandet Oh, es sieht echt gut aus Hä, du hattest Traveller Stufe 2? Puh Und die haben noch 10 Damage gemacht? Ja, ich habe nicht weit genug geschossen Und Hacker? Bombier hat mich angelogen mit den Koordinaten Du solltest vielleicht ein bisschen weiter schießen als meine Koordinaten, wenn du hinter mir stehst Wie spannend Aua Okay Wintercracker, kannst du vielleicht nicht sterben? Ja, wenn mich jemand eilen würde Kannst du mal versuchen gut zu sein Wintercracker? Loll Oh Oh Äh Ich geh weg Leute Mit dem Mobbing Oh Oh Und Wintercracker Ja gut Dann Hätte es nicht vor mich gehen sollen Tut mir leid Ach Mordalo Ich schieß da einen Vogel jetzt rüber Voll Aber wir können X-Pose KX eigentlich töten Ich habe nicht zuhören Ui Aua Tu mir leid Oh Arme Jungen Komm Oh ich habe Hm Ich habe Damage gemacht Meinem Fohlen war nützlich Alter Ich will nicht sterben, bitte Überlebst das Und wenn nicht, kannst Zombie deine Waffen aussammeln Ich sterbe ohne Schwung Oh Wenn du so mehr Männer stirbst, kriegst du richtige OP Waffen Ja Hehehe Äh Ne, wird doch gar überlebt Oh ich überlebe Oh Nein 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 Mhh OP Waffen Hehehehe 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 Kommst du ran? Äh Ich würde eigentlich gerne schießen Ja ok Dann versuch ruhig Ne ich komme nicht hin Hehehe Keine Sorge ich habe eh nichts Gutes Hehehe He He Hehehehe Hehehe 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 Och Mano Hehehe Lol Ok Ich habe keinen Bock mehr auf uns Hm Das ist ein bisschen blöd Das ist jetzt fair Aber 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 fairer geworden natürlich Uh Äh Keine Ahnung Ich schieße da nochmal nur Mega Winger Ich mache einfach das da, weil ich hier echt fest gefahren bin Ui Ui Fighter Jet Pau 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 Alter die Palme Palme Trickshot Mod Oh da du Hmmm Ähm Ich kinder Battle um Gnade Ja oder! Ich battle nicht Не Komme ich da hoch? Sonst kann ich hier nicht weg schießen. Oh ja. Okay Winter, das ist deine letzte Runde. Hast du noch eine richtig gute Waffe, die du raushauen kannst? Ich könnte den noch abstechen können, aber ich komme nicht ran. Ich versuche Posk zu töten. Also wenn ich treffe, ist er tot. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hat jemand einen Ratschlag? Den COD-Ghost da links töten. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wie soll ich den treffen? Einfach gerade rüber? Du kannst da durchschießen, wenn dein Panzerrohr durchguckt. Warte, ich habe eine Idee. Ich darf aber nicht ins Portal rein. Oh, ich hoffe, ich baller nicht ins Portal. Oder in die Wand. Hä? Oh, ich habe vergessen. Hä? Ich habe in die Wand geballert. Ich habe nicht geschossen. Oh, okay. Danke zusammen für das Carrying. Hä? Wieso hast du nicht geschossen? Weil ich nicht im Fire gedrückt habe. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Das ist das Maudadrigste, was ich heute gehört habe. Och, Mann. Ich wollte mit dem Hoverball direkt rüber schießen. Ich hoffe, ich überlebe das. Wer wird sterben? Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ich überlebe. Ich auch nicht. Oh. Ein bisschen Blitze, die halte ich aus. Jetzt ist halt die Frage. Leute, wo soll ich hin zielen? Schieß ruhig auf Cybertron. Ja, hier wird Bloodghost, aber ich habe ein Hoverball, ist die Sache. So. Ich würde aber trotzdem höher. Höher? Wie viel? So ein Zentimeter? So, als ob du gegen die Wand links schießen willst. So auf die Höhe. Die Bande, meinst du? Genau. So ungefähr. Aber das geht ja trotzdem noch runter. Ich schieße hier. Oh, Mann, die Uhr T. Ne, ich feiere jetzt einfach. Oh. Oh, oh, geil, wo oben? Mein Gott, Mann. Habe ich getroffen? Ne. Wir schaffen das. Oh, die haben auch Pfeil und Boden. Na nun. Gott sei Dank habe ich mich nicht bewegt. Hä? Oh. Ich dachte, die gehen jetzt auf mich? Schaffst du das noch? Da oben sind Waffen von mir. Ich habe auch, glaube ich, nichts Gutes. Aber Wintercrack hatte noch ein Messer, wenn es gut ist. Ich habe eine 3D-Bombe noch. Und Sunlight und Babys, egal. Ich ziehe den einfach ab, den Jungen. Ja, aber da, wo ich bin, ziehen die natürlich gerade hin. Feuer. Oh, was ist das? Ach so, krass. Weih. Pau. Nice. Alter, nice. Sommel ist ja der absolute Clary. Ja. Nur noch einer. Oh, oh. Oh dir mein Messer. Der verfehlt dich. Der braucht keinen Zweifach-Schaden für mich. Ne, ich glaube, wenn Sommel kommt, eh nicht rechtzeitig zum Messer. Doch, doch. Das ist ein Messer? Ja. Aber muss ja nicht unbedingt getroppt sein. Das hole ich mir. Okay, okay, okay. Wird der Cracker oder Maudado wertes Messer? Ich, mit der Cracker. Oh Gott. Wird ne lange Reise. Oh, maximal 50 Schaden, wenn er trifft. Ja, er trifft. Los. Los fahren. Kannst du es schaffen. Oh, 3D-Bombe. Und ne, ne. Und ne Stein. Der hat nen Stein. 3D-Bombe musste direkt auf ihn zielen. Also die fliegt einfach gerade. Was, gerade? Ja, die ist quasi, also... Aber ich kann nicht durch den Boden durchschießen. Doch, doch. Doch, mit der schon. Die geht quasi nach vorne ins Bild. Du musst nur die Weite abschätzen. Genau auf ihn drauf und dann musst du halt die Weite abschätzen. Die Weite? Ja, wie weit es fliegen soll. Wie stark du schießt. 55? Ja, perfekt. Perfekt. Okay. Und du bist geschützt. Ein bisschen. Ja. Und er holt nicht mal die Items. Er schießt einfach oben durch, weißt du. Und rasiert mich. Oh, er kommt näher. Er kommt näher. Das ist gut. Oh, oh. Am Ende klaut er das Messer. Ne, ne. So weit geht er nicht. Stell dir das vor. Du stopfst ganz kurz vorm Messer. Und dann kommt der nächste Runde angerollt. Ein bisschen ersticht dich damit. Oh, oh. Vollgas! Erreicht das? Erreicht das? Nee. Du musst ihn auf... Du musst ihn ja eigentlich nur 7 Damage machen, falls du das Messer bekommst. Macht ja 80. Er sagt, er braucht noch ein bisschen Damage. Ja, ja. Mach ihn ja am besten so viel Schaden wie möglich. Am Ende bekommst du das Messer. Ich meine, du bekommst das Messer auf jeden Fall. Aber man kann sich ja absichern. Hm. Verstehe ich schon, oder? Oh, nice. Pow! Oh, sorry! Oh. Hab ich mich abgesichert? Joit. Ja, abgesichert. Kann man sagen. Aber wenn er mich jetzt eingeräbt, dann komm ich nicht mehr raus. Sowas würde er nicht tun. Was ist, wenn ich Wintercrackers Messer gar nicht bekomme? Dann geh einfach afk. Okay. Okay, der greift dich schon mal. Oh nein. Er geht doch nicht. Er prepared sich. Du kannst dir dann einfach vorstellen, dass andere Sachen das Messer sind. Oh ja! Er stich ihn! Das ist besser! Ja! Das war perfekt. Das war die perfekte Runde. Die perfekte Team. Einfach nur. Sehr schön. Oh. Vielen Dank fürs zu sehen. Schaut bei allen anderen vorbei. Fufu macht auch Videos. Zombie auch und Wintercracker hat gemeint. Oh, ich will auch mal wieder ein Video machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao! Tschüss!